Das Spiel gegen Altdach hat mit 4 zu 0 geendet, ich finde es war gut, dass wir einmal keine Gegentore bekommen haben und vom Spiel her, ich finde wir haben es eigentlich nicht schlecht gespielt, hätten eigentlich ein paar Tore mehr noch machen können, aber ab und zu hätten es auch schlauer in 16er reinspielen können, aber ich finde es war schon ganz okay. Was meinst du dazu? Ja, Isak, es war ein sehr gutes Spiel, wir haben 4 zu 0 gewonnen, die Tore waren schön rausgespielt, wir hätten es vielleicht in der einen oder anderen Situation auch besser ausspielen können, aber im Großen und Ganzen war das ein guter Test und es war ein sehr gutes Spiel für uns. Bis bald, wir sehen uns beim nächsten Heimspiel gegen Sturm Graz. Tschüss!